Welcome back, Freunde, hier auf dem Freaklickers-Channel. Es steht 1 zu 1 bei den Fortnite-Challenges. Falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, dann checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung aus. Da ist der Link drin und jetzt, ja, wie gesagt, steht es 1 zu 1. Wir haben noch zwei Challenges hier auf dem Platz. Da wird es schon sehr, sehr spannend und dann geht es rüber zum Zocken. Deswegen würde ich sagen, let's go. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Kommt zur dritten Challenge. Das Coole ist, es ist sehr, sehr nah an dem richtigen Fortnite-Spiel dran. Wir sind nämlich im Auge des Sturms und der Sturm wird alle 60 Sekunden kleiner. Jeder von uns hat jetzt einen Ball am Fuß und Ziel ist es halt, die anderen zu eliminieren. Und wer oder das Team, das am Ende natürlich übrig bleibt, hat das Ding geholt. Geil. Ich habe schon eine Taktik. Du? Ja? Nee, eigentlich noch nicht. Perfekt. Du darfst dir nicht den Körperkontakt geben die ganze Zeit, so klemmen, weißt du. Du musst versuchen, den außenrum und dann irgendwie den Ball wegzuspitzeln. Ich gritsche die einfach alle. Finde ich gut. Danke. Matchplan steht. Hey, ganz einfach. Jungs, Jungs, Jungs. Ah, so was ist das denn jetzt? Hey, hey, hey. Geht auf die Welle, geht auf die Welle. Ah, mein Schiebein, Digga. Bruder, drittiniger Härte, Digga. Ah, das ist echt weh, gell? Hey, Jungs, ey. Ihr müsst helfen. Was ist das denn? Joschi, ich bin da. Joschi, ich bin da. Hey, Digga, schiebe. Ich glaube, Antons Ball ist weg. Anton ist raus. Anton ist raus. Meiner ist raus? Oh, Mann, Alter. Ich habe mal fast was Schiebein gebrochen. Aua. Ja. Drei gegen zwei. Ja, was? Okay, Jungs, ich glaube, ich muss mich opfern, oder? Nein, alles gut. Jawohl. Jawohl. Der kleinere Kreisung noch. Der kleinere, der kleinere. Jungs, ich opferne. Paul. Drei gegen eins. Oh, gut ausgespielt. Ja! Ja! Unsere Taktik ist gar nicht ausgegangen. Wir wollten Anton losschicken. Sven rausholen. Man hat gesehen, Schockmoment war da. Auch wenn der erste fliegt. Auch wenn der erste fliegt. Wir sind die Sieger. Die letzte Challenge auf dem Platz heute. Elfer schießen. Last Man Standing. Wie bei Fortnite wird der Sturm immer kleiner. Nur hier wird der Sturm immer kleiner, wenn du den Elfer verschießt. Deswegen Team Schwarz, jeden Elfer reinmacht. Wir müssen jetzt 2-2 nachher in Fortnite reingehen. Wäre schon geil. Drei-eins wäre noch geiler. Zack. Let's go. Ich weiß eh schon, was er macht. Sehr, Restart in Papier. Sehr, Restart in Papier. Ja! Richtig. Komm, Pause auf erhalten. Der sicherste als erstes Mal nicht. Nervosität. Ne, Nervosität. Oder Nervosität. Ach, egal. Fremdwort. Ach, komm, egal. Ich schieße einfach. Oh! Riftige Ecke, Junge. Geil. Alles gut. War nur der Erste. War nur der Erste. Oh, nervös. Zuuu. Ja! Reingezittert. Ich mag das nicht, wenn die so rumhutzen. Komm, Jan, Junge. Du kennst Martin. Oh! Vielleicht auch nicht. Ja, emotionslos. Emotionslos. Jetzt. Komm, komm, komm! Stark. Stark, stark, stark. Schön ballast. Come on, Jan. Das ist frech. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das ist frech. Ich weiß selber auch nicht, wo er hingeht. Nein. Jetzt schon. Überstandbein habt ihr doch gesagt. Nein, das haben die gesagt. Nein. Am liebsten würde ich ja chippen, weil er, glaube ich, bei mir am wenigstens damit rechnet. Aber ich mache erst nur noch einen sicher rein. Nooo. Oh, Mann. Stark. Ich finde, wir sollten eine neue Regel einführen. Und zwar Gamer dürfen zweimal. Auf geht's, Sven, Junge. Stark. Geil. Das ist halt, das ist halt. Das ist halt, oder? Das Team carriert mich jetzt. Das ist geil. Stark, ey. Wie lange erwartet? Ich glaube, das ist nicht erlaubt. Gar nicht zum Torwart gucken. Den macht er. Oh, ja. Ich habe ihn schon gesehen in der Ecke. Bei dem Einlauf, oder? Mittig. Ui, ui, ui. Ja, mach das mal. Nein, nein. Ja, das war immer zu lächelig. Alles gut, die Jungs machen es schon. Geil, Anton. Geil. Die sind so gut geschossen. Die kannst du nicht halten. Die beiden verschießen. Jaaa! 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 Sosito! Sosito! Joschi gegen Sven. Eins gegen eins. Jan! Ey! Wenn du hältst, haben wir gewonnen. Schön. Jetzt eins gegen eins. Ich glaube auch. Jaaa! Junge, wie präzise. Jedes Mal. Digga, wir haben Joschi. Das ist unser Profen. Oh, er zeigt selbst an. Er zeigt... Oh, das ist stark. Oh! 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 Wir brauchen keine Chipper. Jaaa! Oh! Geil, Junge! Stark gestossen! Oh! 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 Digga! Also das ist ja Geisteskrank. Einer wächst gerade über sich hinaus, hä? Schießt du ab und zu Elfmeter, oder was? Nee, ehrlich nicht. Nee. Vielleicht nach dem Video. Oh! Ist ja geil geschossen! Auch gut! Sven, also eigentlich muss man was für die Galerie machen. Also ein bisschen Abwechslung. Wir brauchen keine Galerie. Das ist alles Galerie, was er da macht. Nice. Jaaa! Ha ha ha! Das war meine Mike-Cats. Das war meine Mike-Cats. Anton, der geht auf dich. Anton, der geht auf dich. Aber einfach bestätigen. Bestätigen. Jaaa! Oh! Jaaa! 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 Aber auf Props sollen die das besser aufmachen, man! Nein! Mach was wildes, komm! Mach nix! Mach dir nach! Oh! Jaaa! Joschi, mach keinen Scheiß! Joschi, mach keinen Scheiß! Joschi, mach keinen Scheiß! Ey, wenn man einen Vierlepanz macht, dann... Ich muss kopieren! Hol den Sieg! Für die Medikids! Jaaa! Let's go, Junge! Jaaa! Wie stark, Mann! Wichtig, Mann! Wichtig, Mann! Ganz wichtig, 2-2, ey! Es steht 2 zu 2. Spannender könnte es wirklich nicht sein. Kann ich nur zustimmen. Und Freunde, wir gehen jetzt rüber und wir zocken. Wir haben jetzt die Location gewechselt. Ihr seht schon, im Hintergrund wird ordentlich Fortnite gezockt. Und genau so machen wir es jetzt auch. Best of 3 im Zero-Build-Modus. Outfits haben wir aus der Let-Them-Kampagne an. Der Squad, was quasi immer die beste Platzierung hat, gewinnt den jeweiligen Punkt. Ja, spannender könnte es eigentlich gerade nicht laufen. Absolut nicht. Wir haben die Outfits auch noch eben designed. Ihr werdet es gleich sehen. Ihr könnt es auch noch selbst machen und euch die Outfits holen. Und ja, wünschen euch jetzt viel Spaß und euch viel Erfolg. Let's go! So, meine lieben Freunde, wir sind hier wieder im Stadio Benabiru. Mein Kollege Amaretto Rossi Valentino hat hier schon gut die Einleitung gegeben ins Event. 3, 2, 1, raus. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Fliegen könnt ihr schon mal. Ne, nicht hochziehen. Und Jungs, denkt dran. Platzierung ist wichtig. Wichtiger als Kills. Da ist ein Gegner. Anton hier. Ah, ich sehe ihn, ja. Warte, ich hole ihn, ich hole ihn. Oh, das war knapp. Noch ein Shield-Hit. Noch weiter unten. Ey, warte mal. Noch ein Headshot. Boah, den habe ich geh. Also, ich habe schon mal einen Gegner gesehen gerade. Der ist hier. Und unter uns ist auch noch einer. Boah, wie weit unten denn? Felix, bist du wirklich gestorben? Ja, ich hatte noch keine Waffe und vor mir ist einer gelandet. Ich bin auch schon tot. Oder? Ja. Ich kann nur noch rumkrabbeln. Hier ist noch einer unter uns, das ist ein Bot. Die wissen nicht, wie man hier hochkommt. Geil! Alter, ist komplett verloren. Das ist die komplette Bananen. Ja, ja. Und tot. Komplettes Team. Komplettes Team weg. Oh, der Heif! Bro, geh doch nicht zum Heischwimmen. Kein Leben verloren, alles gut. Das ist gut. Als ob Anton jetzt von dem Hei geholt wird. Aber Anton braucht ihn jetzt unbedingt. Waffen und Ressourcen anfeuern. So. Du bist einfach so ein Tropfen. Würdest du mich verarschen? Der wird schon abgeballert. Wo denn? Ah, hier, hier. Der wird abgeballert von oben irgendwo. Da oben ist noch einer. Habt beide, beide, beide. Jetzt müsst ihr euch hier nacheinander hier hochziehen. Und dann zieht ihr direkt mit X gleich euren Gleiter. Genau, du hast das schon mal geschafft. Und flieg mal weiter in die Zone. Flieg in die Zone, Jan. Nein, falsche Richtung! So wie ihr das im Fußball mit mir gemacht habt, so mache ich das auch mit euch. Da ist einer vor mir. Da sind Gegner. Da unten. Habe ich. Okay. Martin, du hast ihn so abgestaubt. Ja, Mann. Der hat zwei Schüsse gebraucht. Äh, warte mal. Da vorne sind Gegner. Ja, habe ich auch gesehen. Wo? Ich habe Headshot gegeben. Was? Ja. Wahnsinn! Finish ihn! Ja! Alter, wie geil! Oh, der war! Habe ich gesehen. Ui! Als Shieldbreak. Easy. Entspannt. Ganz entspannt. Echt. Oh, das war der letzte. Achtung. Egal, nehmen wir mit! Willen wir mit? Ey, Stabil! Hey, Jungs, und das, obwohl ich die ganze Zeit so gespielt habe. Ach, hast du nicht gesehen, dass ich mit meinen Füßen gespielt habe? Ja, seid ihr ready? Jetzt nicht irgendwie arrogant werden. Drei, zwei, eins. Müssen wir direkt öffnen? Nee. Bro, hier, hier, close. Close. Hop ihn, hop ihn, hop ihn. Stark! Hol sie dir, Tiger! Immer den Spielspaß nehmen. Nimm ihn! Den Spielspaß! Gut gespielt! Kurze Dance-Break. Oh, hier hinten ist so ein Schaf. Die sind auch gut, oder? Oh, das ist ein Lama! Mein ich doch! Ich hab'n Schaf! Genau! Baller das Schaf ab! Baller das Schaf ab! Was ist denn hier? Das geht hier ab! Nimm mal einer die Schockwellengranaten mit! Die schießt die nicht ab! Die werden aggressiv! Was ist das? Die schießt die nicht ab, Bro! Die schlucken übelst viel, die Bots! Jetzt haben wir die provoziert! Alle, 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 alle! Ahnung! Junge, ich hab' ihn auf der Seilbahn gesnabt! Du bist eine Seilbahn-Legende! Vier Kills! Ist okay, ne? Du bist der Wahnsinn! Amal, ist die Ranger oder die Evo Chrom besser? Ich sag' euch nichts mehr! Ranger ist nur ein Schuss, ne? Ey, wer schießt hier? Hinter uns! Hinter uns, Gegner! Kann ich mit euch fahren? Ja! Geil! Ey, du hast das Spiel gehackt! Du hast das Spiel gehackt und spring drauf! Das ist ein kranker Move! Und Abfall! Ey, du bist der Krassste, ne? Du bist ein richtig krasser Sniper! Guck mal, guck mal! Guck mal, guck mal! Guck mal, guck mal! Guck mal, guck mal! American Sniper! Fass! Was? Was? Hast du den Weg gehauen? Er hat drei Leute geholt! Er hat drei Leute geholt! So präzise wie bei den Spiel? Nice! Sie picks, ja! Sie picks, ja! Habt ihr gewonnen? Ja! Wie viele Kills habt ihr? 29! Ey, wir müssen alle holen! Du bist krank! Du bist krank! Ey, das sag ich nur hier! Ey, du hast gerade auch Wahnsinn gesnipen! Das war echt krass! 11 Kills hatte ich! Ja, das war echt krass! Let's go! Aber es geht jetzt um Kills, Jungs! Ich geh jetzt safe, direkt tilted! Boah, hier sind super viele, ne? Wir können sowas von Kills farmen! Ja, oder halt auf die Fresse! Jungs, ich bin da, glaub ich! Oh, wo bist du? Kann einer Mike aufheben? Ich geh hoch! Ich muss den einen hinterherrennen, da war er! Ich hab meinen ersten Headshot verteilt! Sauber, Junge! Wir müssen ein bisschen offensiver spielen, ne? Wegen Kills! Ja, ich hab schon fünf Kills, alles gut! Lasst auf Yacht gehen! Guckt einfach, dass ihr nicht aus der Zone rausgeht! Oh, hier ist ein Gegner! Ja! Schüsse! Oh ja, hol ihn dir, hol ihn dir, Mike! Ich glaub, die haben mehr Kills, als wir... Natürlich haben wir mehr Kills! Hier ist echt ein Gegner! Arm, Arm, Arm! Ja, perfekt! Schießt auf ihn! Schießt auf ihn! Knallt ihn weg! Oh Gott, wir sind unter Wasser! Stark, Jungs! Genauso! Schau mal hier ein bisschen in den Tiltetrotz rum! Gucken, ob hier jemand ist! Da ist jemand! Den holen wir uns jetzt! Der läuft runter! Und da ist er! Hol ihn dir! Hol ihn dir, Tiger! Der ist runter! Ich hör doch Schüsse hier schon, oder? Ich hab grad sieben Kills gemacht, gell? Darf ich ins Auto? Ja, steig ein! Und doch nicht! Jetzt steig ein! Oh fuck, nimm mich mit! Ey, ey, ey! Ah, schön! Und hier ist Nummer zwei! Zack! Noch einer tot! Zack! Noch einer tot! Jungs, alles finischen, was ihr seht! Boah, mit einem Schuss hab ich den gesnackt! Oder Mike lässt mich am besten fahren, okay? Ist kein Treibstoff mehr da! Kein Treibstoff mehr da! Ich muss die nächste Tankstelle aufsuchen! Digger, sogar hier haben die Tankpreise erhöht, oder was? Sehr gut! Äh, wir switchen einmal das Auto, Jungs! Einmal alle absteigen! Ich sitz am Fenster! Komm rein! Ich bin fast tot! Warte, warte, ich flank ihn! Äh, tu du ihn mal kurz baden! Ja, der hat eh nix mehr als dauernd! Und weiter geht's! Ey, lasst uns in Ruhe! Wolfis! Ey! Wer fährt? Irgendjemand ist auf den Fahrer gegangen! Sollen wir den Pickaxen? Können wir machen! Komm, lass hin! Aber ich weiß nicht! Äh, schießt du! Safe ist am Bot, Mann! Warte, ich pick Axie! Ja, wir kommen, wir gehen dann beide! Ja, ich hab noch nicht einen Hit getroffen! Ich auch nicht! Jetzt, 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 jetzt! Junge! Amar mit 19 Kills am Start! Boah, okay! Wie viele haben die anderen? Felix hat neun! Stark, stark, stark! Was haben wir geholt? 32, wir haben 38! Müssen wir abrieren! 38, schon gut! Sowohl Team Schwarz als auch Team Weiß hat ein Epic Win nach dem anderen geholt! Aber, da Team Weiß die meisten Eliminierungen gemacht hat, geht der Sieg heute an uns! Oder? Falls ihr die Outfits, die wir an hatten oder eure eigenen in Fortnite spielen wollt, dann checkt unbedingt die Let Him Know Kampagne ab! Falls ihr auch ein unterschriebenes Jersey von heute gewinnen wollt, dann schreibt in die Kommentare, welcher Spieler euch heute sowohl auf dem Platz als auch in Fortnite am meisten gefallen hat! Schreibt euren Insta-Namen dazu, damit wir euch auch auslosen können! Vielen Dank an die Jungs, die heute dabei waren! Vielen Dank an euch fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Haut rein!